Ah, Junge, ich bin in der Todespfanne. Was ist denn der Todespfanne? Ich bin durch den Engel, wenn ich du wär. Wird besticken, wenn ich du wär. Jungs, verpisst euch. Ah, Alter. Alter, man könnte meinen, ich hätte einen Autounfall gehabt. Das Auto ist auf mich draufgepasst. Erstmal teabacken, genau, erst mal teabacken. Ich wollte den Reifen wechseln, dabei bin ich leider gestorben. Tja, aber selbst, weißt du, wie es uns ergien? Ey, ich bin kein einziges Mal gestorben, während wir im Bahnhaus waren. Doch, einmal. Nein, wir sind nicht mehr im Bahnhaus. Oder wobei, nee, dann bist du doch nicht gestorben. Im Bahnhaus eben noch einmal. Nein, 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 ich bin wieder aufgestanden. Er hat geglaubt, er war tot. Ja, ach so. Dieser, als Tod stellen, du hast dich totgestellt, deswegen kamen die nicht mehr. Nö, ich war bewusstlos. Auf. Hey, du hast die Leichen von deinem Wagen entfernt. Ja, hör mal. Ey. Mein Wagen war fachsend. Ich glaube, fahren müssen wir mit meinem LKW nochmal lernen. Ne, ne. Pass schon. Toll. Ne, pass schon. Wer von euch hat eigentlich jetzt hier eine Rampe geklaut? Das bleibt jetzt da auf dem Lift. Geil. Was solltest du sagen? Na, hör mal. Otti, ich brauche schnell den Lift ab. Was soll das? Ihr wollt jetzt bestimmt, dass Sergi, das mich hört, oder? Ich wäre eben in der Nähe geblieben. Wow. Ah! Was macht ihr? Äh, die machen einen auf. Zurückkommen. Was ist das denn, macht ihr? Ich behalte euch im Blick. Nee. Ohne Schrift bereit. Ja, komm mal her nochmal. Immer schön an der kurzen Leine halten, ne? Oh mein Gott. Ihr kommt nicht weg. Ihr kommt nicht weg. Wenn ihr dann ins Warenhaus fährt, kommt ihr erst recht nicht rein. Ich fahre nicht weg. Jux, wir müssen jetzt verladen. Kommt mal wieder her, hier. Oh man. Wir müssen noch Hamster helfen. Er ist der wahre Endboss. Ehrlich, ich wusste doch, in Scrappycat gibt es einen wahren Endboss. Es ist Broti. Oh. Oh, Mann, gibt es eine Handbremse? Äh. Ja, wenn du aufsteckst, zeige ich es dir kurz. Was macht die Zwei? Die Zwei ist, äh, Hupe. Damit der Verkehrsraudi uns anhupen kann. Ja, was dann? Ist doch so. Oh, du hast einen quasi Fernlicht und Parklicht. Oder, naja. Normales Licht und Fernlicht, ne? Fernlicht und Parklicht. Hm, okay. Ich wusste gar nicht, dass es ein Parklicht gibt. Zu parken. Das nennt man eigentlich abblendlich. Nicht Parklicht. Ne, ne, Parklicht. Hä, noch nie gehört davon. Was macht die Decks? Äh, das ist hier. Ah, ja, stimmt. Aber da ist nichts drin. Alter. Alter. Oh Gott, da habe ich gerade jetzt, äh, weggedammt. Wie ist das jetzt weggeflogen? Ja, irgendwie minus 36. Ich bin wieder mal an so einer Rampe. Ich habe mich weggeschleudert. Schönes Rampen. Das ist gemeingefährlich. Rampig. Ja. Rampensau. Ich bin zu schädlich oder zu Todesfalle einfach. Ja, ich bin der Todesfalle. Äh. Oh. Warte, schnell T-Bang. Oh. Oh. Ach, du Scheiße. Ich meine, witzig ist es allemale, ne? Jetzt hat jeder was abbekommen. Jetzt sind wir alle quitt. Was wolltest du sagen? Was? Na, hör mal. Warum ist das Ding jetzt umgefallen? Welches Ding? Ja. Was ist das? Blau und rund und groß. Nennt man Silo. Achso. Warum ist Silo umgefallen? Weil Silo auf meinem Auto sitzen. Okidoki. Darf er so? Also ich nicht. Ich hatte erst gerade Angst, dass ihr in meinem Auto seid. Hey. Warte mal. Wie ist er jetzt da rausgekommen? Weiß ich nicht. Frag ihn mal. Ey, nicht Glas kaputt machen, das war teuer. Upsi. Glasschaden. Karglas reparieren. Karglas tauscht aus. Karglas ist reparieren. Ich rufe an. Ich rufe an. Karglas legt auf. Genau. Habe ich noch Glas mit? Ne. Wie schaut es denn aus? Hast du noch einen Plan, wie du das ganze Gerüst da mitgenommen kriegst? Das ganze Teil draufpacken, passt schon. Das ist doch so ein langer LKW. Stimmt, aber der LKW ist halt voll voll. Oder halt mehr. Ne, ich meine, pack es einfach drauf. Einfach das komplette Teil auf einmal. Beim Tetris. Ich bin dabei, aber die. Nein, das komplette Teil einmal komplett draufpacken einfach. Wie gesagt, würdet ihr mir helfen beim Tetris spielen, dann kann ich schon wieder abrauschen. Nein, ich meine nicht. Ich kann das spielen. Einmal das komplette Teil draufpacken und geht schon. Abfahrt. Einfach fahren. Abfahrt. Und abgüttepust. Ey. Jungs. Jungs. Ich mach nichts. Keine Amo-Wasten. Enzo. Ich mach nichts. Helf mir lieber, statt da blöd rumzustehen und da zu wasten. Ja, das hat mir sowas zum Durkopf. Moin Elias. Mir wundert's, dass er ist noch unnötig. Ja, wir wollen eigentlich gehen. Vor... Vor... Vor wann? Vor einer Stunde und mir an. Nein. Ne. Na gut. Ja, ich würde dir nur. Greenhouse-Song wäre. Du musst irgendwann um 5 Uhr wieder aufstehen. Tschüss. Tschau. 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 Brotti, kannst du mal aussteigen? Ach gut, dann würde ich jetzt eigentlich auch tschau sagen. Jo. Mach's gut. Ja, dann muss ich auch den Fahrer sich... äh, setzt nicht mehr sichern. Hamster, wir werden uns wahrscheinlich morgen wieder hören, oder? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ja, mein Schatz. Ja, jetzt bin ich morgen auch mal draußen. Wetter so schön werden. Und du weißt, Hamster, wir sind in Stuben gekommen. Oder zumindest die Zuschauer wissen es. Also ich werde morgen höchstwahrscheinlich ausnahmsweise mal nicht da sein. Ja, auch egal. So mein Plan. Ja, um die Ausführung kümmere ich mich später. Aber jo, tschau tschau. Ja, tschau, gute Nacht. Gute Nacht, schlaft gut. Ja, tschau. Wir machen noch so lange, bis wir zurückfahren. Obwohl, das kann auch was dauern. Ihr könnt gerne mit mir helfen, Tee zu spielen. Ja, ich, ich helfe. Am meisten würdet ihr mir sogar blöderweise helfen, wenn ihr die fetten Blöcke, die sich auf 200 Stack Comeback, entfernt. Ja, das mach ich die ganze Zeit. Die sind schon hinten bei mir drauf. Weil ihr habt Kisten, ich nicht. Stimmt, ich hab Kisten. Danke fürs Einen. Mein Gedächtnis ist nicht gut. Also, manchmal, manchmal nicht. Bin ich nur gelandet. Sorry. Ja, alles gut. Bist hier in mein... in einen Talk mit mir gelandet. Das ist das Problem. Da ist noch richtig viel Platz in deinem Ton. Hab ich das? Aua. Ja. Das hat keiner gehört. Ich hab einen Helm getragen. Ich hab einen. Extra, extra. Read all about it. Hot off the press. Brand new news, front page. Who is this? All black on. We're low key. Take a guess. I stand out for the rest. No contest. I've been the man. I'm him. Only fear God with the fear God I'm in. Been blessed. Pray the amen. Now I'm getting to this money like a paper route kid. Gefühlt kann man nachher ein Haus aufs schnellsten bauen. Hmm. Bei wem ist der Lift hier? Bei wem... Bei wem ist was? Der Lift hier. Bei mir. Kannst du ihn kurz runter machen? So. Hä? Oh, krass. Oh. Ja, okay. Ich hab gerade aktiv davon abgebaut. Hä? Äh, so. Aber passt. Ich wusste ja nicht, was der Antat ist. Ja, ich dachte, die Teile da kann man ja anschmeißen. Die wiegen ja nix. Ich hab die Blöcke bei mir in die Tron gepackt. Ah. Ja, gut. Blau mitgedacht. So weit hab ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich kann denken. Nur nicht erinnern. Meine Schwäche. Nachdenken. Obwohl, nee. Ja, genau. Meine Schwäche. Nachdenken. Stimmt jetzt. Ich kann nachdenken. Ich kann mich nur nicht erinnern. Meine Schwäche nachdenken. Also irgendwie hat das was. Weiß ja nicht. So ein Hauch Erztheiten. Oh Mann. Meine Stärke ist gar nix. Das hat nicht nur einen Hauch. Das hat ein Luftfuck. Das ist der Tatsch, mein Lieber. Okay. Noch. Was war das denn? Ja, mir sind die Sachen runtergeplumpst, die ich vorher nicht gesehen hab. Ich seh' hier nix. Ich seh' hier nix. Hier ist Baum. Ja, der stört mich auch. Warte mal. Machen wir gerade hier aufräumen. Aktion. Das Ding steht aber generell zu weit oben. Sorry. Hoch. Ja, ich hab auch rum Aktion betrieben. Jetzt sieht man hier mal was. Okay. Sorry. War nix gut? Das nix gut. Ja, nix gut diese? Das nix gut. Nein, nix gut. Nein, nein. Okay, dann wird schnell wieder zurückverfrachtet. Das nix. Nein, das ist schlecht. Auch nix gut diese? Nein. Warum lag? Keine Ahnung. Slideshow. Jetzt nicht mehr. Oh. Weg ist es. Hä? Kann die? Null. Okay. Ehe, wie interessant. Ist da noch Platz, oder? Ja. Halb. Ja, einfach drauf mit die Fiecher. Solange du dich nicht umdrehst, ist alles gut. Scheiße, nee. Was hast du denn gemacht? Ich hab drauf gepackt. Ich hab drauf die Fiecher gemacht, genau. Oh mein Gott. Also, du wirst doch fahren können. Ich glaub nicht. Wenn ich einmal umkippe, mein Lieber. Dann wird das Ding abgemacht. Oh, jetzt hat's zu zweckgebran. Du wachst okay. So langsam zieht mein LKW auch noch von so Ristisch durch das ganze Ding aus. Das sieht aus wie ganz viele Kräne. Ja. Er hat irgendwie so ein bisschen... Er ist ein Steampunk LKW. Er bringt Erinnerung an die neue Hamstergames Lobby. Steampunk LKW. Oder, Protty? Was meinst du? Er bringt Erinnerung an die neue Hamstergames Lobby. Naja, keine Ahnung, wo du da jetzt Parallelen siehst. Im Kran. Brauchst du Essen? Ah, nee, hast du. Ja, hab ich. Ich hatte nur grad noch kurz geguckt, ob ich noch was anderes habe als einen Burger, aber... Irgendwas, was denkst ihr? Denkt ihr, ich schaffe das in die Base? Ja. Probieren geht über Studieren? Äh. Hilfe. Boah. Aber er fährt. Er fährt gut. Äh, nur was Drehen angeht. Muss ich mir nochmal so... Hä, geht doch. Oh, 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 geht doch nicht. Was für geht doch nicht? Das sieht abstrakt aus. Ja. Abstrakt aus. Nein. Erstens will ich keinen Leck und zweitens... Ich glaube, rammen. Ich glaube, rammen. Ich brauche hinten eine rote Fahne, der steht über... Überbreite. Genau, so ein Schild hinten, Oversize, Long Vehicle. Irgendwas. Äh. Du hast dir aber auch den besten Weg ausgesucht. Warte, ich helfe. Ich stehe. Ich habe mich hier geworfen. Also ich würde hier geradeaus fahren. Nee, warum stehst du jetzt so? Kann man hier überhaupt geradeaus fahren? Ich hätte es irgendwie gerade gefeiert, wäre ich im Baum hängen geblieben. Oh, ich schwebe auf der rechten Seite. Was ist das denn? Oh Gott, hier vorne ist ein roter. Was? Äh, wirklich? Können wir ja kurz platt machen. Ja, er hat sich anscheinend noch nicht getriggert durch mich. Kann ich noch hier irgendwie in den Halt. Okay, tschüss. Steht auch auf einmal so ein roter. Ja, und ich dachte, scheiße, jetzt darf ich nur nicht irgendwie langsamer werden. Und ich wurde halt langsamer. Lächle, es kann nicht schlimmer kommen. Und siehe da, es kam schlimmer. Ja, ey. Aber so weit ist diese Tour besser und einfacher als die letzte. Ist schon. Hier ist ja jetzt flach. Das Ding, nur ich komme halt nicht mehr, ob es viele Kühe hier drin sind. Äh. Äh. Oah, scheiße. Das hat gerade voll gelaggt. Ja, deswegen. Ja, aber cool. Das Ding ist, ich höre jetzt ab. Warte, ich muss gerade... Oh ne, der ist taktisch despawn. Oh ne, jetzt ist er hinter mir. Was hat er gedroppt? Keine Ahnung, ich glaube, es ist schön im Butsch bespunen. Einen Komponentenbausatz. Uh. Lecker. Nein, wenn man zum will, bin ich nur mit zweimal Umfallen in der Base angekommen. Ja. Und ich merke gerade, ich nehme ja noch auf. Ja, ich weiß auch nicht, wie du dir das gerade vorgestellt hast. Er hat eben nochmal das Schild neu gebaut. Ja, just. Ich meine, das erste Rohr ist schon mal durch, ne? Silo muss auch noch... Wollt ihr das Schild ganz entfernen? Warte mal, wir haben ein zweites Hallo-Schild. Ja, wow. Naja, du würdest früher oder später eh irgendwo da hängen bleiben. Ja, okay. Warte, warte, warte. Was war das denn jetzt mit Gotti und dem Churk? Ey, ich meinst du. Ja, oh. Warte, wie war das? Ich bleib hängen. Ja, ja, okay, am Öl. Wow. Jetzt war halt schon abzusehen. Scheiß aufs Öl, Alter, ich war trotzdem... Wer hat denn hier eine Stufel gebaut vor mich? Lagerausfampe. Naja, wenn man es so will, ich bin an meinen Parkplatz eingekommen. Ja. Ja. Wow, unerlaubtes Farm entdeckt. Amorti. Moin. Warte mal kurz abladen hier. Ja. So krass, Sprit hat der Weg aber jetzt nicht gezogen. Ich glaube nur 19 Stück oder so hin und zurück. Okay, doch. Pro Motor. Also, gesamt 38 Sprit hin und zurück. Junge. 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 Bis zum nächsten Mal.